Beim Trailrunning bewegen wir uns in der wunderschönen Natur. Das heißt, respektiere deine Grenzen. Das heißt, nicht bitte mit lauter Musik herumlaufen, dass wir andere stören. Jeder soll seine Ruhe haben, jeder soll genießen können. Und falls ihr Musik braucht und Kopfhörer verwendet, dann passt bitte die Lautstärke so an, dass ihr um euch herum noch alles mitbekommt. Wenn mal irgendwo einer Steinschlag schreit oder ein Stein runterkommt, ihr sollt das auf alle Fälle hören. Wenn wir dann beim Laufen sind, kommt es natürlich öfter vor, dass wir vielleicht mal auf irgendein Lebewesen wie eine Kuh oder einen Hund treffen, dann nicht schnell vorbeisprinken. Bleibt bitte stehen, geht ganz langsam vorbei und versucht, das Tier nicht aufzuschrecken. Wenn ihr mit einem Hund unterwegs seid, dann bitte leint den Hund unbedingt an. Er soll nicht wild herumlaufen, andere Leute blockieren oder irgendwie vielleicht auf Raubtierjagd gehen. Wenn wir natürlich unsere Riegel, Gels und Getränke mithaben, nehmt die auch wieder mit, wenn sie leer sind. Haut es jetzt nicht irgendwo am Berg weg, auch eine Bananenschale oder so. Verrottet ewigst. Einfach alles mitnehmen, unten gut entsorgen. Und wir haben keinen verärgert. Und ein Ethos am Berg. Wir sind nett zueinander und wir grüßen uns in diesem Sinne. Servus!